Auf Reddit gibt es einen Subreddit namens r slash unix porn und r slash unix porn ist eine sehr, sehr beliebte Seite für Leute, die sich gerne mit ihren tollen Desktop-Designs brüsten oder um diese eben auch zeigen zu können. Das soll jetzt nicht abwertend klingen. Hier steht auch The Home for Nix Customization. Allerdings ist die Mehrheit der hier gezeigten Rises, so nennen sich nämlich diese Desktop-Designs, meistens von Arch-Betriebssystemen oder auch Gentoo. Wir schauen mal hier ein paar Beispiele durch. Hier kann man sich wirklich stundenlang satt sehen. Ich habe hier mal ein paar Bilder und Desktops mal rausgesucht, was ein Rising eigentlich ist. Als Rising bezeichnet man eine vollkommen durchgestaltete Desktop-Umgebung oder Fenstermanager mit einem wirklich einzigartigen Design. Dieses Manga-Thema ist sehr, sehr häufig dann mit vertreten. Hier haben wir jetzt eine KDE-Plasma-Oberfläche, so wie es aussieht, mit eigens kreierten Fenstern und Farben. Das ist also sehr, sehr speziell gestaltet hier. Dann haben wir hier noch einen zweiten Desktop. Ich zoome mal wieder ran. Hier sieht eher aus wie ein Fenstermanager, so wie es aussieht, von der Liceo Mama Polybar. Auch sehr schön gestaltet in diesem Wald-Comic-Wald-Look mit den Farben dann auch. Und so sehen dann entsprechend auch die Fenster und so weiter aus. Hier das Terminal-Fenster. Hier sehen wir auch, hier handelt es sich jetzt zum Beispiel um ein Arco-Linux. Damit Q-Tile, also ein Tiling-Window-Manager namens Q-Tile. So kann man sich das Ganze dann hier anschauen. Auch der Firefox-Browser ist hier schön mit im Design integriert worden. Oder hier auch VS Code, so wie es aussieht. So, auch hier haben wir ein Tiling-Window-Manager. Das Ganze in solchen, ja, Retro-Cyberpunk-Style. So ein bisschen, hat so ein bisschen was von einem alten Computerspiel. Und das ist der Awesome-Window-Manager, der hier gestaltet wurde mit diesem, ja, Kirschblüten-Rosé-farbenen Rahmen quasi. Und ja, hier haben wir dann auch nochmal. Und das Ganze ist hier auf einem Debian eben gestaltet worden. Ja, also jetzt mal nicht auf einem Arch oder so, sondern hier ist es auf einem Debian erstellt worden. Dieser Fenster-Manager. Und auch hier gibt es Floating-Windows. Und hier sieht man dann auch diesen Rahmen, der im Prinzip farblich mit dem Hintergrundbild dann übereinstimmt. So, ein letztes möchte ich hier auch noch zeigen. Es handelt sich hierbei um eine Fedora mit Gnome. Und das sieht kaum noch aus wie ein Gnome, aber in der Tat ist das hier alles dann hinzugefügt worden. Und auch wenn das hier das Logo von Endeavor OS ist, es handelt sich hierbei um ein Fedora 37. Das sehen wir dann hier. Und hier kann man noch erahnen, dass es sich hierbei um Gnome handelt. Auch das gehört zum Rising dazu, dass man eben zum Beispiel auch die Gnome-Oberfläche entsprechend richtig komplett durchgestaltet. Und hier dann den Browser. Ich nehme mal an, das wird ein Chromium-Browser sein. Oder auch Brave. Aber ich nehme mal an, das wird ein Chrom sein oder Chromium mit einer eigenen Startseite. Und da ist auch Unix Porn gleich mit verlinkt. Und so sieht dann im Prinzip das Gnome-Anwendungsmenü dann aus. So, das alles kann man im Prinzip schön gestalten. Allerdings braucht es dazu natürlich sehr viel Mühen und sehr viel Zeit, um das irgendwie so hinzukriegen, wie man das dann möchte. Gäbe es dann doch nicht ein Betriebssystem, das bereits schon ein paar gute Rises quasi voreingestellt hat, die man dann auch selber nutzen kann, um eben auch so einen schön gestalteten Desktop zu bekommen. Und ja, um dieses Betriebssystem geht es heute. Das nennt sich Archcraft und das schauen wir uns mal genauer an. Also schnapp dir einen Tee. Los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagzeit für Sonntags-OS. Und heute wird es mal ein bisschen künstlerisch-gestalterisch. Wir schauen uns mal Archcraft an. Archcraft ist ein Betriebssystem basierend auf Arch. Es ist im Prinzip ein reines Arch. Lediglich die Desktop-Oberflächen sind dann eben ganz speziell gestaltet worden und soweit vorbereitet worden, dass man das per Knopfdruck einfach umgestalten kann. So, und ohne langes Hin und Her wollen wir uns das Ganze mal direkt herunterladen. Da einfach mal auf Download. Das ist hier die Webseite archcraft.io. So, hier sehen wir auch schon ein paar Bilder und ein paar Beispiele. Sieht im Prinzip schon aus wie eine Fotogalerie aus Unixporn, aus dem Subreddit Unixporn. Und dann gehen wir jetzt hier einmal auf Download und hier kann ich mir jetzt aussuchen, wo ich es herunterladen möchte. Google Drive von Mega ist jetzt nicht so schön schnell. Ich gehe auf Sourceforge und wähle dann hier gleich wieder meinen Netcolon-Server aus, weil der am schnellsten ist. So, und dann öffne ich hier meinen Ventoy-Stick. Da habe ich jetzt schon ein paar Betriebssysteme drauf und da schiebe einfach das Archcraft mit rüber. Das sind 2,3 GB Größe. Also das dauert tatsächlich eine Weile, ehe das dann auch richtig rüber kopiert ist. Deswegen, da haben wir ganz wichtig bei dem Ventoy-Stick, ja hier sehen wir jetzt auch den Status, ganz wichtig nicht einfach den Stick entfernen, sondern dann hier auf sicher entfernen quasi drücken, sodass die Daten dann noch fertig geschrieben werden können. Und das kann tatsächlich einen kleinen Moment dauern, denn ich werde Archcraft, wie auch die in den vergangenen Betriebssysteme, eben nicht in einer virtuellen Maschine installieren, sondern auf echter Hardware. Und da nehmen wir uns dann die Zeit. So, den Stick habe ich jetzt in den Rechner reingesteckt und bin jetzt hier im Reboot-Menü und kann jetzt hier die Bootquelle auswählen. Dann nehme ich den Sandus Cruiser und dann schauen wir mal, wo wir Archcraft haben. Gleich ganz zu Beginn hier, 1.1.23, das ist auch in Ordnung. Und Normal Mode. So, und hier gehe ich einfach auf Enter. Das war das Boot-Menü. Je nachdem, welche Grafikkarte du hast, wenn du eine NVIDIA-Grafikkarte hast, empfiehlt es sich dann da auch gleich mit den NVIDIA-Treibern auch auszuwählen, so dass das Ganze dann gleich gut gestartet werden kann. So, jetzt sind wir auch schon reingebootet in die Live-ISO von Archcraft. Und wir sehen hier, das sieht alles schon ganz toll aus mit der Leiste hier oben. Und hier unten haben wir auch noch ein Panel. Und das ist Openbox. Und das ist das Welcome-Menü. Und dann gehen wir gleich mal auf Launch Calamares. Das ist der Standard-Installer. Wir können übrigens auch Launch Abiff machen. Das steht hier an der Seite. Launch Abiff. Das wäre dann im Prinzip so eine Art konsolengesteuerte Installation. Aber ich denke, Calamares ist am nutzerfreundlichsten, weil es halt auch wirklich sehr intuitiv funktioniert. So, dann Berlin ist richtig. Die Tastatur auf Deutsch. Das ist auch okay. Und hier oben wählen wir jetzt die richtige Festplatte aus. Die Venus Corp. Das ist auch die, die ich haben möchte. Das ist auch in Ordnung. Es wird eine EFI-Installation. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel Archcraft neben einem anderen Betriebssystem zu installieren. Das kann zum Beispiel ein Windows sein oder ein anderes Linux. Oder die komplette Festplatte eben zu löschen, durch eine andere zu ersetzen oder auch manuell zu partitionieren. Wie wir hier sehen, hier ist Debian Linux Bookworm drauf. Gerade auf dieser Veno-Festplatte. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Da gehe ich auf Festplatte löschen. Und dann zeigt er hier unten auch an, wie es denn dann neu aussieht. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, noch einen Swap anzulegen. Ob als Partition für mit oder ohne Ruhezustand. Ich glaube, mit und ohne Ruhezustand macht hier keinen Unterschied. Das ist bei beiden ist die Swap-Größe dann 8 GB. Je nachdem, wie viel RAM-Speicher man im Gerät hat, kann es sein, dass dann ohne Ruhezustand der Swap-Speicher ein bisschen kleiner ist und mit dann entsprechend größer. So, ich möchte aber eine Auslagerungsdatei haben. Man kann es auch komplett leer lassen. Und ich wünsche mir ButterFS als Dateisystem. So, dann sind wir im Prinzip auch soweit durch. Und dann kann ich hier unten einmal auf Weiter. Und jetzt wird hier schon der Name abgefragt. Ich bin einmal Typ. Und wir machen ArchCraft als Computernamen, als Hostname quasi. Und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer. Typ. So, das automatische Einloggen möchte ich nicht. Aber ich möchte das gleiche Passwort eben auch für das Admin-Konto verwenden. Und da sage ich einmal Weiter. Hier wird jetzt nochmal alles zusammengefasst. Aus Alt macht Neu quasi. Und dann einmal installieren. Und das kann jetzt durchaus zwischen 5 und 10 Minuten dauern. So, die Installation ist durch. Und dann können wir das System einmal neu starten. So, hier ist das Grub-Boot-Menü. Auch dieses ist schon sehr schön gestaltet. Auch mit den Symbolen. Und meine Debian-Installation, die von meinem NAS-Server wurde bereits erkannt. Da könnte ich die von hier aus starten. Sehr, sehr schön. Aber wir starten jetzt ArchCraft. So, und da sind wir auch schon beim Login-Bildschirm. Das sieht ganz nach SDDM aus. Wie man hier an diesen Symbolen erkennen kann. Das ist quasi der Standard-Login-Bildschirm oder der Standard-Fenster-Manager für KDE-Plasma. Und das spielt aber keine Rolle. So, hier unten sehen wir jetzt schon, die Sitzung ist Openbox. Und wenn ich hier, glaube ich, draufdrücke, könnte ich das sogar auswählen. Achso, ich darf nur nicht so schnell sein. So, dann kann ich das nämlich auswählen und kann hier entsprechend entscheiden, ob ich BSPWM haben möchte oder Openbox. Wir bleiben jetzt mal bei Openbox und loggen uns ein. Einmal das Passwort rein und dann einmal gestartet. Und schon ist das Ganze hier auch schon geladen. Das geht auch recht zügig. Es ist ein Arch-Betriebssystem und Arch ist von Grund auf ziemlich schnell. Und dann schauen wir jetzt erstmal, was wir jetzt hier vor uns haben. Wir nehmen hier erstmal dieses Help in Tips. Das ist immer ganz gut, dass sich sowas eben öffnet. Hallo, diese Anwendung wird dir helfen, die Reise mit ArchCraft zu beginnen. Das ist auf Englisch, weil das ist nicht Teil des Betriebssystems, sondern ein selbstgeschriebenes Programm. Und da haben sie wahrscheinlich die Sprachen nicht angepasst. Ist aber nicht so schlimm. Wir gehen einfach mal hier weiter. Achso, hier unten kann man draufklicken. Minimal Stunning Powerful. Gucken wir mal, was da passiert. Da passiert, wie Sie sehen, nichts. Okay. Halb so wild. Nein, passiert wirklich nichts. Okay. Dann gehen wir mal auf About. So, hier auf About kann ich mich noch ein bisschen informieren und ein bisschen was lesen über ArchCraft und wie es funktioniert. So, dann haben wir hier Openbox. Das ist der Fenstermanager, den wir jetzt gerade verwenden. Das ist ein Stacking-Window-Manager bzw. Stacking und Floating. Anders als zum Beispiel bei einem Tiling-Window-Manager. Ein Tiling-Window-Manager kachelt im Prinzip alle Fenster, die man öffnet, nebeneinander, während ein, ja, während Openbox zum Beispiel, der Stacking-Window-Manager oder Floating-Window-Manager, eben die Fenster übereinander lagern lässt. Und man kann sie dann eben auch, ja, wie bei einer Desktop-Umgebung hin und her verschieben. Und man sieht hier auch, dass es snapped hier oben so dran, ne, da merkt man dann, hier ist dann schon eine kleine Blockade und Barrikade und dann, und auch am Rand, sodass man dann im Prinzip recht schnell die Fenster auch richtig gut hier anordnen kann. Und wenn ich jetzt hier Vollbild mache, gucken wir mal, so, dann, ne, lässt er links, rechts, oben und unten so eine, ja, einen kleinen ästhetischen Rand. Das finde ich sehr, sehr schön. So, können wir aber gleich nochmal genauer reingucken. So, hier wird dann auch beschrieben, wie ich dann hier im Prinzip in das, in die, an das Anwendungsmenü reinkomme. Und hier gibt es dann eben noch die Tastenkombination. Ich habe da jetzt schon mal drauf gedrückt, aber der scrollt hier nur ganz nach unten, deswegen scrolle ich nur nochmal ein Stückchen nach oben. So, hier haben wir Menü und Uplets, da kommen wir dann auch gleich noch dazu. So, dann haben wir noch ein paar Anwendungen, wie zum Beispiel Tuna als Standard-Dateimanager. Alecquity XFCE-Terminal ist mit drauf. So, dann gibt es noch Hardware-Keys, funktionieren hier im Prinzip auch out of the box. Wer also zum Beispiel Lautstärkeregler und so weiter auf seiner Tastatur hat oder auf seinem Notebook, das funktioniert dann hier im Prinzip auch. Auch hier die Helligkeitseinstellung, gerade bei Notebooks. Und ja, dann wird hier nochmal kurz beschrieben, das Fenstermanagement, wie das Ganze hier funktioniert und wo man das Ganze dann auch konfigurieren kann mit op.conf. Ja, und dann kommen wir hier auch schon zu einer kleinen Liste von Tastenkombinationen, die durchaus wichtig sind, damit man hier überhaupt auch durchstarten kann. Ich glaube, so der Klassiker ist eben die Windows- und Enter-Taste, also die Super- und Enter-Taste. Da öffnet sich dann das Terminal, geht dann immer recht einfach und dann sieht man auch, dass es so schön eingeblendet ist. Also es ist nicht einfach nur da, sondern es hat so einen leichten Blend-Effekt. Ja, es ist sehr, sehr schön. Und mit Windows und F öffnet sich dann der File-Manager, das ist dann Tuna. So sieht das Ganze dann hier aus. Sehr gut, mit Windows und E. Öffnet sich Genie, das ist ein einfacher Text-Editor, Genie. Und mit Windows und W öffnet sich der Firefox-Browser. Ja, da ist er auch schon. Sehr gut. Und haben wir sonst noch was? So, STRG, ALT und V. Sollte jetzt WIM öffnen. So, jetzt habe ich es richtig gedrückt. Genau, WIM haben wir hier. Es ist auch schon ein bisschen kustomisiert, wie man das sieht. Das hat also auch ein spezielles Design und ist bereits auch komplett schon auf Deutsch. Und es ist nicht N-WIM, sondern es ist das Original-WIM quasi, aber eben auch schon gestaltet, optisch ein bisschen angepasst. Sehr, sehr gut. So, was haben wir sonst noch? Ranger ist STRG, ALT, R. Dann Ranger, das ist ein Dateimanager, haben wir hier. Also ein Konsolendateimanager, das ist auch sehr, sehr schön, ist sehr, sehr beliebt. So, STRG, ALT, H wäre dann H-Top. Und das ist zum Beispiel, das sind so Sachen, die kann man sich dann durchaus schon mal gut merken. WIM, V für WIM, das R für Ranger, H für H-Top. Und, ja, das STRG, ALT, M ist dann das Terminal-Programm NCMPCPP. Und da kann man dann hier, das ist, und das Ganze passiert hier im Terminal. Das ist also keine Desktop, keine grafische Anwendung hier, sondern das ist jetzt quasi hier das Terminal, das sich hier geöffnet hat. Sieht man hier unten auch an dem Logo. Das ist hier das Alacrity-Logo, ja, und das Ganze läuft hier im Terminal. Und man könnte dann hier einfach auch mit der Maus und Pfeiltasten kann man dann hier entsprechend auch die Sachen abspielen. Man hört jetzt natürlich nichts, weil ich die Audioausgabe jetzt hier nicht richtig konfiguriert habe. Aber ich versuche das mal ganz fix zu lösen. So, es hat jetzt geklappt. Jetzt funktioniert die Tonübertragung im Prinzip jetzt auch von meinem HP-Rechner auf meinen OBS-Studio, auf meinen Produktionsrechner. Ja, das funktioniert jetzt endlich. Das war ein bisschen knifflig, aber überhaupt nicht so schlimm. Ich erkläre mal kurz, was ich gemacht habe. Also hier oben steht zwar jetzt Mute, das müssen wir aber einfach mal ignorieren. Ich habe erst mal Pavo-Control installiert. Pavo-Control war nämlich noch gar nicht installiert. Wenn ich jetzt hier nochmal das Terminal aufmache, dann kann ich hier mit sudo pacman-s und dann Pavo-Control. So, das ist das Pavo-Control. Das ist auch nicht sonderlich groß. Das war nämlich noch gar nicht vorinstalliert. Also es gab keine Möglichkeit oder es gibt keine Möglichkeit, hier irgendwie die Lautstärke richtig einzustellen oder verschiedene Audio-Geräte zu steuern. Und ich mache jetzt hier einfach mal wieder mit Nein abbrechen. Wir brauchen es jetzt nicht nochmal neu installieren. So, dann habe ich Pavo-Control geöffnet. Da kann man einfach hier Rofi öffnen mit der Windows-Taste. Dann Pavo und dann sehe ich hier Puls-Audio-Lautstärkeregler. So sieht das Ganze dann aus. Ist ein bisschen groß jetzt, weil es Vollbild ist, aber in Ordnung. Bei Wiedergabe werden die Programme angezeigt, die Ton wiedergeben können. In dem Fall wäre das das System selber. Und hier der Musik-Player-Dämon. Das ist hier, wo jetzt hier oben Grateful steht oder beziehungsweise das, was ich gerade offen habe. Hier das Terminal. Hier, der hier, der Music-Player. Dann gibt es die Ausgabegeräte. Und das war mir halt wichtig, weil bei den Ausgabegeräten wollte ich nicht die interne Soundkarte von dem HP-Rechner als Sound-Ausgabegerät auswählen, sondern eben meine Capture-Karte, die eine HDMI- und DisplayPort-Capture-Karte ist. Und da kann ich auch Audio ausgeben. Und das muss man ja irgendwie einstellen. Und das geht hier über Pavo-Control eben am einfachsten. Dazu dann einfach auf die Konfiguration gehen. Internes Audio ist jetzt der Standard. Und dann kann ich hier einfach auswählen, ob ich Analog, Stereo, Pro-Audio und so weiter. Also alles, was ich eben in diesem Gerät habe, kann ich dann entsprechend auswählen. Und da habe ich jetzt hier HDMI-Ausgabe einfach ausgewählt. Das hat er dann automatisch dann auch gefunden, den Port. Und ja, dann ging das und da musste ich jetzt über OBS Studio lediglich einen Audio-Eingang, eine Audio-Eingabeaufnahme aktivieren oder erstellen. Dann eben die Capture-Karte als Audio-Quelle auswählen. Und jetzt funktioniert das Ganze sehr gut. Ist ein bisschen gefummelt, muss man ein bisschen ausprobieren. Ich habe hier auf meiner Tastatur, auf dieser Tastatur, die ich hier habe, auch ein paar Steuerungen. Das heißt, ich kann von hier aus jetzt den Player im Prinzip steuern, einfach indem ich jetzt hier die Funktionstaste drücke und dann eben auf Play. Und rein theoretisch sollte man jetzt schon ein bisschen was hören. So, Volumen kann ich hier eben auch mit meiner Tastatur steuern. Da habe ich auch zwei Buttons, einmal für Volume Plus und Minus. Und dann hört man auch, wird das Ganze jetzt hier auch schön leise. Die Musik jetzt im Hintergrund, das ist jetzt hier von Nefax Grateful. Ich weiß nicht, ob es da jetzt gleich einen Copyright-Strike hier auf YouTube gibt. Und das werden wir dann sehen. Genau, und so kann ich jetzt hier im Prinzip auch das ganze Audio dann steuern. Ich kann jetzt hier mit der File-Tasten dann hier ganz einfach auch auf das nächste Lied einfach auswählen und mit Enter. Und dann wird hier, ah ja, das ist Non-Copyright-Sound. Das heißt, das ist keine Copyright-Claims. Ja, und dann kann ich jetzt hier weiter Musik hören. So, und das Gute ist, ich kann jetzt hier einfach den Player schließen. So, und das Lied bleibt trotzdem im Hintergrund. Ja, es wird trotzdem ganz normal weitergespielt, das Lied, weil der Dämon, der Audio-Dämon ja im Hintergrund läuft. Und steuern kann ich das dann, das Ganze hier auch gegebenenfalls oben. Da kann ich dann hier auch zum Beispiel zum nächsten Lied dann entsprechend schalten. So, jetzt hören wir wieder ein bisschen was. Und eben auch pausieren. So, ich werde das Ganze jetzt hier mal anhalten. Zack, einmal auf Pause gedrückt. Das habe ich jetzt mit meiner Tastatur einfach gemacht. Da habe ich ja meine kompletten Play-Buttons auf der Tastatur. Viele Tastaturen haben diese Play-Button, sicherlich auch deine. Gerade bei Notebooks ist dann das Ganze bei Funktionen mit hinterlegt. Das funktioniert dann auch ganz gut. Da muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Solche Fenstermanager sind eben sehr tastaturlastig. Da wird recht wenig mit Maus gearbeitet. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Übung. Gut, hier sind dann noch ein paar Kürzel bezüglich Menü und Anwendungen. Zum Beispiel mit Windows und Space kann ich das Root-Menü öffnen. Das machen wir mal. Mal gucken. Ah ja, okay, das ist das Root-Menü. Das ist im Prinzip das Rechtsklick-Menü auch. Das kann ich mit Rechtsklick hier auch. Wenn ich irgendwo ins leere Rechtsklick mache, öffnet sich auch das Menü. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Mit Alt- und Leertaste kommt das Client-Menü. Dann gucken wir mal, was das ist. Ah ja, damit ist dann wahrscheinlich dieses kleine Kontext-Menü hier oben gemeint. Ah nee, hier oben kann man ja gar nichts auswählen. Also dann kann ich so eine Art Kontext-Menü bezüglich des Fensters entsprechend aufmachen. So mit Alt-Shift- und Leertaste kriege ich ein kombiniertes Menü. Und dann gucken wir mal, Shift-Alt-Leertaste ist ein bisschen komisch zu greifen. Okay, und hier habe ich dann die verschiedenen Desktops, die ich dann eben auswählen kann. Das sind dann auch diese Punkte, die man hier oben findet. Ich bin jetzt hier in Desktop 1, hier oben in Desktop 1. Und dann kann ich hier einen neuen Desktop hinzufügen oder eben zu einem entsprechenden Desktop wechseln. Ich wechsle jetzt einfach mal zur 2. Und hier sehen wir jetzt der Punkt, der grüne Punkt ist jetzt hier auf der 2. Und in dem ersten, da ist ein blauer Punkt drin. Das bedeutet also, hier ist eine Anwendung geöffnet. Gehe ich da wieder hin und dann bin ich wieder da. Sehr gut. Und dann gibt es noch mit Steuerung, Alt- und Leertaste das Openbox-Applikationsmenü. Falls ich also eine Anwendung mal ganz fix brauche, kann ich das schnell drücken. Und dann sehe ich hier ebenfalls, habe ich dann Zugriff auf die Anwendungen. Das ist ein sehr, sehr minimalistisches Anwendungsmenü. Finde ich auch ganz gut. Aber ich glaube, Standard ist einfach nur die Windows-Taste drücken und dann öffnet sich hier entsprechend Rofi. Ein sehr gut gestaltetes Rofi. Und da sehe ich dann hier auch schon mal ein paar Anwendungen. Dann kann ich jetzt hier auch suchen nach Dokumenten und Programmen. Habe dann hier meine Ordner. Da kann ich dann auf die Ordner drauf zugreifen, direkt nach Ordner suchen. Ich kann hier zum Beispiel direkt Kommando-Befehle, also Konsolen-Befehle auch eintragen. Wenn ich zum Beispiel eine Anwendung nur über einen Konsolen-Befehl öffnen kann, dann kann ich das auch hier machen. Ich glaube, Nano wäre da so ein Beispiel. Weiß ich aber nicht, ob er jetzt ein Terminal auch öffnet. Weil dazu müsste Rofi jetzt auch wissen, mit welchem Terminal diese Anwendung eben geöffnet werden soll. Das funktioniert jetzt hier dann scheinbar nicht. Aber ansonsten habe ich jetzt hier noch das Anwendungsmenü. Genau. Und da kann ich dann ebenfalls auf alles Mögliche drauf zugreifen. Hier gibt es noch einen Rofi-Theme-Selektor. Kann ich dann noch auswählen, wie Rofi überhaupt aussehen soll. Gut. Aber das machen wir jetzt nicht. So. Dann, genau. Die Workspaces. Das ist dann im Prinzip bei fast allen Fenstermanagern gleich. Also die Windows-Taste und dann die Zahlen. Eins bis, ja, unendlich. Je nachdem, wie viel Fenster man hat. Meistens 0 bis 9 quasi. Eins ist dann, wo wir uns jetzt befinden. Windows und zwei. Das habe ich jetzt mal gedrückt. Die Windows-Taste und die zwei. Und schon sieht man hier oben. Wechsle ich in das zweite Fenster. Drei, vier, fünf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Help-and-Tips-Fenster in den zweiten Desktop oder in die zweite Arbeitsfläche verschieben möchte, mache ich das mit Windows-Umschalt und zwei. Ja, jetzt sieht es erst mal so aus, als hätte sich nichts getan. Aber wir sind jetzt hier oben auf den zweiten Desktop gewechselt und haben quasi dieses Help-and-Tips-Fenster einfach mitgenommen. Wenn ich jetzt hier wieder auf die Eins gehe, sehen wir es jetzt weg. Und dann kann ich so auch das Ganze wieder zurück. Und jetzt habe ich es wieder zurückgeschoben quasi. Jetzt bin ich wieder in der Eins. Und so kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, ich will das Terminal, will ich jetzt aber auf dem zweiten Fenster haben. So, machen wir das zweiten Fenster. Kann ich hier Vollbild machen. Kann dann hier halt irgendwas machen. Kann jetzt hier einfach mal H-Top aufmachen. Und dann kann ich mit Windows und 1 auch wieder auf den ersten Desktop wechseln und zwischen dem ersten und zweiten Desktop hin und her wechseln. Ja, und das ist eigentlich sehr intuitiv. Aber wie gesagt, das ist eine Gewohnheitssache. Man muss es einfach machen. Man muss es halt immer wieder machen und machen, um sich daran zu gewöhnen. Weil gerade wenn man aus so Fenstern oder aus Desktop-Umgebungen kommt, dann neigt man dazu, einfach viel zu viel irgendwo rumzuklicken. Auch ich mache das gerne. Ich klicke ja hier auch sehr gerne irgendwie rum. Aber die Tastenkombinationen, die erleichtern einem wirklich auch das Arbeiten. So, und hier wird dann auch nochmal das komplette Window-Management erklärt, wie ich mit den Tastenkombinationen eben die Fenster auch bewegen kann. Hier steht zum Beispiel Windows, Windows Alt und dann die Pfeiltasten. Dann kann ich dann jetzt hier das Fenster entsprechend bewegen. Mit Windows Umschalt und, ah ja, okay, kann ich hier die Fenster auch relativ zum Anzeigegerät wahrscheinlich hin und her wechseln. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel mehrere Fenster. Das können wir jetzt einfach mal durchspielen. Machen das auch mal wieder ein bisschen größer. Ach, das funktioniert ja so nicht. Größer machen kann man es nur von hier oben. So, sehr gut. So, ich habe das jetzt unproportional groß gemacht. Werde jetzt einen Dateimanager öffnen, wie zum Beispiel Tuna mal noch. So, haben wir hier eine Dateiverwaltung. So, Tuna ist jetzt hier oben. Das machen wir noch ein bisschen kleiner. So, hier oben. So, machen wir ein bisschen kleiner. Und dann, meinetwegen können wir auch noch mal ein Terminal auch noch öffnen. So, jetzt haben wir hier drei Fenster. Die liegen jetzt hier alle so hoch. Die liegen jetzt hier alle so ein bisschen durcheinander. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mittels einer Tastenkombination die Fenster ordentlich auf meinem Bildschirm anzuordnen. Dazu wähle ich das jeweilige Fenster auf, was ich haben möchte. Und mache das Ganze dann mit, das war Windows, war das, Windows Shift. Genau, hier sieht man das dann. Und das nennt sich dann Teil Window. Man kann es einfach nur mit Windows und H, J, K, L einfach normal verschieben. Machen wir mal kurz. A, ne. So, dann kann ich das hier einfach verschieben. Die Größe bleibt dabei erhalten. Oder ich mache Windows und Shift und dann zum Beispiel H oder J, K, L. Ja, ich nehme jetzt einfach mal H. Und jetzt hat er das Ganze schon proportional zum ganzen Bildschirm gekachelt. Das heißt, zur Hälfte bis zur Mitte und zur Hälfte horizontal und vertikal bis zur Mitte. So, jetzt wähle ich zum Beispiel das Terminal aus und sage, das möchte ich, ähm, nee, ich sage, ich nehme jetzt das Help in Tips und sage, das möchte ich jetzt unter dem Tuner gekachelt haben. Sondern, äh, H hatten wir ja. Dann müsste das J sein. Genau. Ja, jetzt hat er das unter, das Terminal gekachelt. Und wenn ich jetzt, äh, äh, unter Tuner gekachelt und, äh, das, ähm, das Terminal möchte ich jetzt zum Beispiel, ähm, ja, hier drüben dann haben. Ja, und dann kann ich das Ganze hier drüben dann kacheln. So einfach geht das. Und das muss man auch wieder üben. Das ist ganz wichtig. Das ist halt eine Übungssache. Man muss es immer wieder einfach machen. So, jetzt steht hier Resize Active Window Relatively. Gucken wir mal, was das bedeutet. Windows, Steuerung und dann hoch, runter und so weiter. Windows, Steuerung und hoch und runter. Ah ja, okay, alles klar. Dann kann ich dann hier zum Beispiel komplett groß machen. Bin mal gespannt, ob das, äh, auch hier rüber funktioniert. Über J, K und L. Das funktioniert dann nicht. Aber, äh, kann ich dann zum Beispiel hier die ganze Seite nehmen. Und dann kann ich hier auch Ranger zum Beispiel aufmachen. Und dann habe ich hier auch nochmal, äh, eine Anwendung, die man, äh, eben so nutzen kann. So, zwischen den Fenstern sieht man, ist keine Lücke drin. Das kann man nachher in den Konfiguration einstellen. Da gibt es ja die Konfigurationsdateien für Openbox. Da kann man dann auch einstellen, wie viel Platz auch zwischen den Fenstern ist. Das, äh, kann man machen, wenn man das möchte. Ja, und, äh, auch der Rand außen. Ja, also das ist, äh, Openbox. Sehr, sehr, sehr cool. Wir machen jetzt das Ganze hier mal wieder zu. So. Und dann schiebe ich das hier in die Mitte. Das ist halt das Coole bei Openbox. Kann man dann einfach das Ganze weiter verschieben. Und dann gibt es hier noch ein paar, ja, andere, äh, noch zusätzliche Keybinds. Wie zum Beispiel Restart Openbox. Das ist durchaus wichtig, falls sich mal irgendwas abgestürzt hat oder aufgehängt hat. Oder falls man die Konfiguration verändert hat. Und man im Prinzip Openbox, den Fenstermanager, einfach nochmal neu laden möchte. Damit der das Ganze im Prinzip neu, äh, liest, einliest alles. Ja, dann macht man einfach STRG, SHIFT. Also STRG, Umschalt und dann die Löschen-Taste. Und dann, so wie wir es jetzt gesehen haben, hat sich das jetzt alles nochmal zurückgesetzt. Das ist dann wieder geresettet und neu gestartet. So. STRG, A und DELETE. Also STRG, äh, ALT und Löschen. Also Entfernen. Würde jetzt Openbox beenden. Äh, weiß nicht, ob man das möchte. Äh, und ansonsten gibt es noch ein Reconfigur. Da wird einfach die Konfiguration neu eingelesen. So, und hier haben wir dann noch die Hardware-Tasten, wie zum Beispiel die Print-Taste. Die wird dann, die macht dann einen, äh, Screenshot vom Desktop mit einer Bildschirmaufnahme. Ja, hier haben wir, äh, Increase Volume, Decrease Volume. Das sind dann auch die Hardware-Tasten, die ich schon benannte bei den meisten Laptops, die dann extra Mediatasten noch haben. Oder auch, äh, Tastaturen wie Logitech-Tastaturen und so weiter, Mediatastaturen. Ähm, da kann man das Ganze dann, äh, auch ansprechen. Gut, und dann kommen wir noch hier zu den Themes. Themes sind auch noch ein paar da. Äh, Adaptive Theme, Breach und so weiter. Da kann man hier entsprechend sich das angucken. Aber die Themes gucken wir uns gleich nochmal an. So, und das Gleiche gibt es jetzt hier nochmal beschrieben für BSP-WM. Äh, BSP-WM ist, äh, standardgemäß ein Tiling-Window-Manager. Deswegen haut dieses Bild eigentlich nicht so ganz hin. Zumindest nicht standardgemäß, weil nämlich so Sachen wie der Editor-Genie, aber auch, äh, der, äh, Tuner und das Terminal standardgemäß gekachelt werden, automatisch. Äh, und, äh, gar nicht gefloatet. Aber man kann natürlich die Fenster auch, äh, schwebend machen. Und wie man auch sieht, es gibt keine, anders als hier, hier oben gibt es ja, ähm, bei Openbox gibt es ja hier oben diese Fenster-Dekoration, sagt man dazu, wo man auch die Knöpfe zum Schließen und zum Maximieren und so weiter hat. Das fehlt bei BSP-WM komplett. Na, das gibt es hier gar nicht. Na, sieht man, da gibt es also keine Fenster-Dekoration. Das ist ganz normal. So, und ansonsten ist hier im Prinzip ähnlich. Ja, hier gibt es dann ein Music-Uplet. Nochmal ein separates Music-Uplet auch. Und, äh, ansonsten, die Anwendungen sind, na klar, immer dieselben. Die sind ja, äh, sowieso hier auf einem und demselben Rechner drauf. Hier wird dann auch nochmal beschrieben, wo sich die Konfiguration der Tastenkörner befindet, nämlich in SX-HKD, in der SX-HKD-RC-Datei. Denn, äh, bei BSP-WM, oder BSP-WM selber ist nicht in der Lage, Tastenkombinationen zu konfigurieren und zu steuern. Dazu braucht es eine separate Anwendung und das wäre dann, äh, SX-HKD. Äh, glaube, heißt Super Extended Hardware, äh, oder Hotkey-Dämon. Super Extended Hotkey-Dämon oder so heißt das. Irgendwie so ein fancy-Namen. Ja, und dann ist das hier auch nochmal alles aufgelistet, wie das bei BSP-WM eben die Tastenkombinationen sind. Und die sind im Prinzip ähnlich, ja, die sind im Prinzip ähnlich, die Tastenkombinationen. Und, äh, bei BSP-WM ist es tatsächlich ein bisschen, äh, wichtiger, diese Tastenkombinationen zu wissen. Besonders auch, äh, wenn es darum geht, Sachen zu öffnen, aber auch zu schließen. Denn, bei BSP-WM gibt es ja hier oben keinen Schließen, äh, Knopf. Und deswegen muss man das Ganze mit einer Tastenkombination schließen. Und das wäre dann hier in dem Falle Windows und C. Äh, ich selber auf meinem, äh, Produktionsrechner, den ich benutze, den ihr ja schon kennt mit Arco Linux, da ist das die Windows-Taste und Q für QIT. Aber das kann man alles einstellen. Äh, Windows C, gucken wir mal, ob es hier auch funktioniert. Ja, funktioniert auch. Sehr gut. Machen wir nochmal auf und gucken mal weiter. So, Tipps. Hier gibt es dann noch einige Tipps zum Thema, äh, Themes. Wie man das eigene Theme entsprechend gestalten und abspeichern kann. Sowohl in der Openbox als auch im BSP-WM. Sodass man das Ganze dann auch, äh, laden kann. Komplett. Dann gibt es hier noch ein bisschen Troubleshooting. Falls es mal irgendwie Probleme mit den Keyrings gibt. Oder, äh, wie man das System updatet. Es ist also sehr, sehr schön, dass das hier auch nochmal erklärt wird. So, hier wird dann noch beschrieben, wie man eigene Musik in den, äh, Player-Ordner reinbekommt. So, hier, äh, wie kann man die Icons und so weiter noch ändern. So, dann gibt es hier noch, äh, Links zu den Communities. Wenn man also Fragen zu Archcraft hat, kann man dann sich hier entsprechend an den, äh, an den Support wenden. Und dann gibt es noch Archcraft, äh, Premium. Premium, äh, da gibt es, äh, dann, äh, noch sehr viel mehr Isos zum Herunterladen, die auch sehr, sehr schön gestaltet sind. Zum Beispiel auch Openbox Premium. Da sind mehr Designs, mehr, äh, ähm, eigene Icons und so weiter. Die der Entwickler dann extra wirklich speziell für dieses Betriebssystem entwickelt hat. Und damit man, äh, das nutzen kann, äh, muss man dann entsprechend einen kleinen Betrag bezahlen. Ich glaube, das läuft dann, das Ganze läuft dann über Coffee. Ja, hier über Coffee. Das ist, äh, im Prinzip so eine, ja, hier der Aditya Shakya. Das ist im Prinzip der Ersteller von Archcraft. Und da kann man dann eben entsprechend eine Einmalzahlung machen. Äh, hier kann man dann quasi die Premium-Sachen kaufen für 11,80 Dollar. Zum Beispiel Openbox Premium oder BSPWM Premium. Valence Special, den neuen N, äh, den UM Desktop und so weiter. Ja, da, ähm, ist klar, das ist nun mal alles auch Arbeit, die da reingesteckt wird. Und wer eben mehr möchte, der kann das ja eben auch bezahlen. Und wer da nichts bezahlen möchte, das trotzdem so schön haben möchte, der kann es eben auch selber gestalten. Steht einem nichts im Weg. So, da haben wir jetzt erstmal genug mit dem Welcome-Bildschirm uns befasst. Wir gucken mal, was jetzt hier bei Openbox sonst noch zu sehen ist. Also hier oben haben wir die Polybar. Das ist im Prinzip eine, eine frei konfigurierbare Bar mit einzelnen Modulen hier drinnen, ne. Wie zum Beispiel, das hier ist das Wetter. Das ist aber jetzt nicht eingestellt, deswegen steht hier NA. So hier Upload-Download-Geschwindigkeit. Hier haben wir auch zum Abschalten und Ausschalten und Neustarten, so ein Menü. Was hier ist, weiß ich jetzt nicht. Müsste mal gucken. Und hier unten haben wir noch ein, ja, Doc. Im Prinzip ähnlich, wie man das von Mac kennt, mit den wichtigsten Sachen. Alacrity, Firefox, die Dateiverwaltung, Genie, also der Texteditor und das XFCE-Terminal. Also man kann hier tatsächlich auswählen zwischen Alacrity und dem XFCE-Terminal. Und hier gibt es dann noch die Einstellungen. So, dann hier oben das Archcraft-Symbol, wenn ich da drauf drücke, öffnet sich in der Mitte, äh, Ropi. Ist ein bisschen unglücklich, äh, gewählt, finde ich. Weil ich denke, es wäre sinnvoller gewesen, äh, dann irgendwas zu bauen, was sich dann auch hier öffnet. Wenn ich mit der Maus schon mal hier oben bin, dann will ich hier oben mit der Maus auch oben weiterarbeiten und nicht erst, äh, wieder zurück in die Mitte gehen mit der Maus. Anders verhält sich das, wenn ich die Windows-Taste drücke, dann ist das durchaus schon sinnvoll, dass es sich in der Mitte öffnet. Ja, ist eine kuriose Entscheidung, aber es ist wahrscheinlich designbedingt nicht anders möglich. Wenn ich mit Rechtsklick hier irgendwo hindrücke auf dem Desktop, dann habe ich auch ein eigenes Menü. Ein eigenes Menü ist deshalb, es ist alles auf Englisch. Also es ist nicht mit dem Deutschen übersetzt, weil die Einträge halt alle customisiert sind, wie man so schön sagt. Die sind also alle selbst erstellt. Und dann haben wir hier eben auch, äh, so ein Applikationsmenü, wo das Ganze dann hier auch nochmal aufgesplittet ist in den verschiedenen Kategorien, so wie wir das sonst von anderen Menüs eben auch kennen. Können wir ganz kurz durchgehen. Also Nitrogen ist für das Hintergrundbild zuständig. Das können wir mal, äh, schauen. Da gibt es einige tolle Hintergrundbilder, äh, die man hier eben auswählen kann. Äh, wie zum Beispiel, sehr lustig, finde ich eben auch hier das Windows, äh, von, äh, Windows 11. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wer sich hier ein Windows 11 Hintergrundbild da freiwillig hinmacht. Äh, finde ich jetzt, passt tatsächlich auch überhaupt nicht zu diesem ArcDark-Theme. Was ich sehr schön finde, ist das hier. Passt eher so ein bisschen zu meinem Style. Das hat was, ein ganz krasses Rot, aber dieses Violett finde ich halt wiederum sehr, sehr schön. Ja, oder auch hier Cyberpunk City, nehme ich mal an. Hört sowas ähnliches wie Cyberpunk City sein. Jawohl. Ja, sieht sehr, sehr cool aus. Finde ich einfach toll. Leuchtet ein bisschen zu stark, aber ja. Blade heißt das. Okay. Äh, hier haben wir noch was Cyberpunkiges. Ah, ne, das ist, äh, ein Gemälde quasi. Von Weitem aus wie Cyberpunk. Also auch sehr schön. Sonnenuntergang. Sehr, sehr gut. Dann gibt es noch diverse Archcraft-Logo-Kombinationen, die man dann so gebrauchen könnte. Äh, die halt sehr, sehr minimalistisch sind, ne? Eigentlich. Hier. Regenbogen-Flagge. Hier haben wir nochmal eine Stadt. Oh ja. Das gefällt mir sehr, von den Farben her. Sehr, sehr cool. Retro. Ja. Ach, das Bild heißt Cyberpunk. Haha, ausgerechnet das. Haha, okay. Ja, aber eben auch so Klassiker. Das kennt man hier, glaube ich, von Manjaro oder so ähnlich. Aber zumindestens auch von, äh, Arco-Linux. Da gibt es ebenfalls ein solches Design hier, ne? Einfach quasi wiederverwendet, wiederverwertet. Äh, und so kann man sich jetzt hier, äh, ja, das Lieblingsbild dann entsprechend aussuchen. So, ich belasse es aber bei diesen schwarz-weißen Bergen halt. Das waren diese. Ja. Ja, diese Berge, die lassen wir auch. So, das ist also Nitrogen. Damit kann man das Hintergrundbild entsprechend festlegen, sodass wir Windows und C schließen. Ja. So, machen wir mal weiter. Was haben wir noch? Applikation, äh, Nitrogen, Plank. Das ist im Prinzip das Dock hier unten, ne? Ja, es heißt Plank und nicht Plank. Habe ich mich beim letzten Mal versprochen. So, Genie und Melt. Das sind dann, äh, die Entwicklungsumgebung. Genie und Melt ist zum Vergleichen von Dateien und Ordnern. Dann haben wir hier noch, äh, ein, äh, ein Anzeigeprogramm für Bilder und so weiter. Und noch ein Color-Chooser quasi. So, bei Multimedia haben wir Pavo Control. Das habe ich ja zusätzlich installiert. Und ein Screen Recorder. Tatsächlich nicht allzu viel drin. Das ist wirklich sehr, sehr minimalistisch. Äh, bei Network haben wir Firefox unter Netzwerk und einen einfachen Mail-Reader. So, unter Mail-Reader muss man ein Standardprogramm auswählen. Das bedeutet also, es ist kein E-Mail-Client installiert. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Denn wer eins haben möchte, der soll auch eins installieren. Und dann wird das automatisch, hier war es, äh, wird das automatisch hier beim Mail-Reader zugeordnet. Beim Web-Browser öffnet sich ebenfalls der Firefox. So, ein Dokumenten-Viewer, A-Trill haben wir als Office-Programm. Dann, äh, Rofi-Theme-Selector und Rofi selber. Ja, das ist also das hier. Das ist Rofi. So, und dann haben wir, was haben wir noch? Bei Einstellungen, haufenweise Einstellungen, äh, bezüglich der, äh, des Aussehens, aber auch der Funktion von Sachen, Terminal-Sachen, ne? Und hier haben wir noch System-Sachen, wie zum Beispiel G-Parted ist mit vorinstalliert. H-Top haben wir eben auch schon gesehen. Dann Ranger, das ist dieses Terminal, die Terminal-Datei-Verwaltung. Timeshift ist auf jeden Fall mit dabei. Wir haben auch ein ButterFS-Dateisystem. Das heißt, äh, mit ButterFS macht sich das Timeshift natürlich am besten. Ich kann das Ganze jetzt hier, äh, auch schnell einrichten. Täglich, äh, meinetwegen. Können wir so machen. Äh, Home soll nicht mit eingeschlossen werden. Und dann einmal weiter. Und dann ist das Ganze fertig. Ich kann jetzt den ersten Snapshot erstellen. Und das geht bei ButterFS wirklich innerhalb von einer Sekunde halt, ne? Das ist unfassbar cool. So, und, äh, ja, das war's im Prinzip schon. Das Ganze gibt's dann hier nochmal Apps als Root. Äh, gibt's hier ein Untermenü. Da kann ich dann zum Beispiel den Dateimanager oder eben entsprechend irgendwelche Sachen, irgendwie das Terminal als Root schon auswählen. Können wir mal machen. So, dann wird das Passwort er verlangt. Dann gebe ich das ein. Und jetzt bin ich im Prinzip, äh, habe ich im Prinzip Root at Archcraft und bin im Ordnertyp zwar drinne, aber wenn ich whom I eingebe, ne? Ich bin Root. Und, äh, genau. Dann kann ich so auch auf Root, ob man das jetzt, ob es notwendig ist, weiß ich nicht. Wo es vielleicht notwendig ist, ist bei Dateimanager, wenn man tatsächlich mal Tuna im Root auswählen möchte, äh, wird zwar immer von abgeraten, aber manchmal gibt es halt Situationen, wo man das dann durchaus gebrauchen kann. Und deswegen ist das in Ordnung, dass es dann hier auch gibt. So, dann, äh, eine Screenshot-Tool haben wir hier. Können wir gleich Screenshots auch machen. Ein Screen-Recorder gibt es auch immer mit und ohne Audio. Entweder den ganzen Bildschirm oder eben nur einen bestimmten Bereich. So, hier gibt's dann Orte. Da sind dann, äh, im Prinzip die eigenen Dokumente zu finden. Und, äh, auch hier die Ordner, äh, zur Konfiguration, zum, äh, Konfigurationsordner, wo ich dann hier tausende Sachen auch einstellen kann. Äh, zum Beispiel, äh, Openbox. Da kann ich hier Openbox komplett konfigurieren und reißen, wie ich das dann haben möchte. So, Einstellungen hatten wir schon. Da kann man auch hier Openbox nochmal einstellen, die Menü-Einstellung machen. Den Menü-Style. Bei Openbox-Menü-Style ist dieses Menü hier gemeint. Dieses, was wir jetzt gerade offen haben. Und da kann ich, da sind wir jetzt bei Iconic. Gegen den Icons. Kann aber zum Beispiel auch Glyphs machen. Hm. Und dann, äh, sieht das ein bisschen minimalistischer und nicht ganz so farbenfroh aus. Auch das passt hervorragend zu dem, äh, schwarz-weißen Hintergrundbild, finde ich. Muss ich mich hier bloß wieder ein bisschen zurechtfinden. Openbox-Menü-Style. Ja, dann gibt es noch Minimalistische, das ist dann einfach nur reiner Text. Und dann gibt es noch Simple und das ist auch reiner Text. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Simple und, äh, und Minimal? Können wir gleich gucken. Minimal wäre dann, ah, noch minimalistischer. Da fehlen dann halt auch viele, viele Einträge. So, wir bleiben aber bei Iconic. So, und dann sind wir wieder hier. So, machen wir weiter. Wir gucken uns mal hier schön durch. So, wir haben mal die Display-Einstellung. Ah, das ist vielleicht ganz wichtig. Falls du Artsraft in einer virtuellen Maschine installierst, wirst du ja wahrscheinlich wieder eine andere Auflösung haben und die Auflösung einstellen wollen. Diese Auflösung stellst du am besten hier ein. Über Preferences, Display, Monitor und dann hier entsprechend wählst du deinen Monitor aus und dann, äh, im Prinzip, äh, wählst du hier dann deine Auflösung auf. Weil wenn du das versuchst mit A-Render oder irgendwas anderes zu machen, dann funktioniert zwar das auch mit der Auflösung, die ändert sich dann, allerdings, äh, verändert sich dann die Bar nicht. Das heißt, die Bar ist dann nur zur Hälfte klein und das Hintergrundbild ist dann so gekachelt. Und das lässt sich dann auch nicht neu laden, denn, äh, sobald man sich abmeldet, wieder anmeldet, wird die Auflösung wieder zurückgesetzt. Und das will man ja nicht. Und deswegen einfach das Ganze über Einstellung, Display, Monitor, dann den Display, den Monitor auswählen und hier die Auflösung. Dann bleibt die Auflösung auch nach dem Abmelden bestehen und es wird sofort alles auch richtig wieder in die richtige Position und in die richtige Größe gezogen. Ja, das nur mal als Tipp. Hier kann man auch die Fonts noch anpassen und auch das Terminal, das Terminal-Design entsprechend. Also, äh, hier kann man sich wirklich austoben. Äh, hier gibt es sogar noch mehr. Dann geht es hier einfach weiter. Äh, ich werde das Ganze jetzt hier nicht durchgehen. Das ist wirklich enorm viel. Lass mal sein. So, hier kann man auch noch mal das Hintergrundbild ändern. Brauchen wir nicht. Und dann gibt es aber hier noch die Themes. So, Change Style. So, der Style, den wir jetzt haben, ich glaube, das ist, äh, der Default Style, die Nummer 3. Aber wenn ich jetzt hier draufklicke, dann zack, 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 zack. Dann ändert sich alles. Dann, äh, hier unten haben wir immer noch das Dock. Das Icon-Set ist jetzt ein anderes. Wir haben jetzt das Papyrus-Icon-Set. So, die Leiste hat sich hier geändert. Und, äh, ja, hier haben wir auch noch, und selbst das Rofi hat sich hier geändert. Ja, das ist auch, das ist jetzt hier, äh, vom Design her anders. Aber es ist stimmig. Ja, egal, ob das einem jetzt gefällt oder nicht. Es ist absolut stimmig und aufeinander abgestimmt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Können wir gleich mal weitermachen. Change Style. Dann gibt es noch Beach. Ja, so, hier haben wir jetzt die Leiste unten. Ja, unten. Und es gibt hier halt Bildchen für die einzelnen Desktops, was gar nicht mal so schlecht ist. Und hier unten haben wir auch das Startmenü. Und jetzt öffnet sich Rofi hier unten links. Ja, das ist, jetzt macht das auch Sinn. Ja, weil wenn ich mit der Maus sowieso schon hier unten bin und hier rumklicke, dann will ich auch, wenn ich hier draufklicke, dass sich Rofi auch hier unten links öffnet. Allerdings, selbst wenn ich die Windows-Taste drücke, wird sich Rofi immer unten links öffnen. Das muss einem dann bewusst sein. Und da muss man mit klarkommen dann. So, was haben wir sonst noch? Easy. Da haben wir jetzt wieder dieses schöne Bild, dieses gezeichnete Bild. Sehr, sehr schön gemacht. Hier ein bisschen größere Schriftart auch. Sehr, sehr minimalistisch. Finde ich sehr, sehr gut. Und auch hier, wenn ich jetzt hier draufklicke, öffnet sich auch wieder ein Rofi. Das ist anders, glaube ich. Ich glaube, dass das auch mit zu Rofi gehört, dass das ein, ja, ein umdekoriert, ein komplett umdekoriertes Rofi ist. Ist vielleicht ganz gut für Notebooks, dieses Design hier. Ja, das kann man dann hier eben draufdrücken und dann hat man eben dann hier seine, entsprechend seine Anwendungen nicht schlecht. So, und das ist hier minimalistisch alles. Jetzt ist hier das Minimal, der Minimal-Style von diesem Open-Box-Menü. So, Forest. Gucken jetzt einfach mal hier alle durch. Sehr gut. Forest ist sehr grün. Hier fehlt unten der Plank. Aber ist auch wieder ganz normal Polybar und, ja, auch recht minimalistisch. Hier gibt es jetzt auch kein Menü zum Klicken, sondern tatsächlich, wenn ich Rofi haben möchte, muss ich die Windows-Taste drücken und dann öffnet sich Rofi ebenfalls in der Mitte und auch hier vom Design her hervorragend angepasst. Machen wir mal weiter. Hack. Das ist Hack gemeint. Ja, sieht dann tatsächlich aus wie so eine, ja, Hollywood-Konsole sozusagen, ja, mit dem tollen Hintergrundbild. Dann die verschiedenen Desktops hat man dann hier in der Mitte, die fünf. Die kann man dann hier in der Mitte auswählen. Und, ja, dann hier oben Programs. Wenn ich hier oben wieder draufdrücke, öffnet sich in der Mitte Rofi. Und auch das ist sehr, sehr schön gestaltet hier vom Design her. Passt also wunderbar, wenn ich jetzt hier noch das Terminal mal öffne oder ich habe die Tastenkombination für den Dateimanager vergessen. Ich glaube, es war, nee. Ja. Dann, ja, ich weiß, ich müsste mal hier Tuna, machen wir hier Tuna so auf. Und so sieht dann auch Tuna aus. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr stimmig vom Design. Wirklich sehr, sehr toll gestaltet, ja. Ich kann das jetzt einfach mal so lassen und gucken mal, wie das mit den weiteren Designs so aussieht. So, das ist also Hack. Sehr, sehr cool. Und das ist halt, wenn man das so als Screenshot nimmt, ne, das ist sowas, was man eben auch auf Unix Porn erwarten würde, so ein Bild. Ja, wie das dann eben aussieht. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. So, Preferences, Style, Hack und Manhattan. Gucken wir mal. Sehr gut. Ah, neues Design. Auch von den Icons her. Ich kann ja mal hier Neo Fetch machen. Sehen wir das hier auch ein bisschen. Ja, so sieht dann das Design auch hier aus. Selbst das Terminal Design passt sich dann auch immer wieder an. So, dann haben wir jetzt die Leiste diesmal hier unten. Und, äh, ja. Und das Rofi-Menü ebenfalls hier, äh, links unten ist auch nicht schlecht. Sehr gut. Machen wir gleich weiter. Äh, Change Style, ne, so. Manhattan Slime. Oh, das ist sehr, sehr hell. Oh ja. Sehr, sehr hell. So. Aber, äh, ja. Warum nicht? Wir haben, äh, zum Beispiel Notebook hat ein schönes helles Notebook und mag so ein bisschen dieses quietschbunte, diese Bonbonfarben, dieses pinke. Äh, ist auch sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöner Style auch, ne? Kann man nicht anders sagen. So, machen wir weiter. Was haben wir sonst noch? References, Change Style, Spark. Ja, sehr gut. Ja, das ist auch, äh, ein sehr, sehr schönes Design. Das hat so ein bisschen was Mac-mäßiges, schon alleine hier durch die Button hier oben. Ja, auch, äh, das Terminal erinnert tatsächlich so ein bisschen an das Mac OS Terminal. Und hier unten dann so ein bisschen die Leiste, äh, die sehr minimalistisch ist und eben nicht auf die ganze Breite geht. Auch sehr, sehr schön. Und das, äh, Rofi öffnet sich dann hier unten. Auch unten links. So. Sehr gut. So, das ist das Rechtsklickmenü. Da hat der Entwickler wirklich an alles gedacht. Dann gibt's hier noch Wave. Wave ist sehr schön. Da haben wir hier dann kleine Herzchen als, äh, Buttons fürs Minimal, äh, Minimieren und so weiter. Ja, auch hier unten gibt's dann, äh, so einen Menüknopf. Und dann öffnet sich auch Rofi unten links. So, wie es sein soll. Und hier bei den, in der Mitte bei den Herzchen kann ich dann die Desktops entsprechend wechseln. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schick. So, und das war's im Prinzip. Mehr sind's nicht. Es gibt aber, wie gesagt, noch mehr Themes, die man auch laden kann. Da hat der Entwickler eben eine ISO. Das nennt sich dann Openbox Premium. Da sind noch zig weitere Themes, die er gestaltet hat. Äh, da ruhig mal für 12 Dollar kann man sich das dann erwärmen. Und dann funktioniert das ebenfalls. So, ich mach jetzt hier wieder auf Standard. Das hat mir soweit ganz gut gefallen. Und, äh, ja, das war's im Prinzip. Erstmal wir, äh, zumindest erst mal mit der eigentlichen Übersicht. Was wir jetzt aber noch machen, wir gucken uns noch ganz fix BSPWM an. Dazu logge ich mich einfach aus. Mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich jetzt L drücke. Ob er sich dann ausloggt. Nein, das macht er dann nicht. Okay. Ich muss jetzt hier erraten, was das heißt. Äh, ich nehme mal an, das könnte das Logout sein. Muss ich Doppelklick machen. Und Doppelklick. Okay. Gut. So, dann einmal hier drauf. Dann BSPWM ausgewählt. Und dann Passwort rein. Und dann befinden wir uns hier. StunningPow. Hier hatte sich ja eh nichts geöffnet. So haben wir nochmal die Welcome-Box. Und diesmal halt ohne Fenster. Das heißt, hier muss ich jetzt mit der, äh, mit Tastenkombination entsprechend schließen. Das wäre Windows und C. Ja, mit Windows und C. Hier oben steht hier Teilt. Ich nehme mal an, das ist der Standard-Modus, der Tiling-Modus. Und hier haben wir dann auch die verschiedenen Desktop-Oberflächen. Die Workspaces sozusagen. Und die sind halt so ein bisschen thematisch. Hier ein paar Symbole. Das ist immer ganz gut. Da kann man dann zum Beispiel hier die Termine öffnen. Ja, jetzt öffnet sich das Termine wirklich auf das gesamte Fenster. Und wenn ich jetzt noch eins öffne, dann öffnet sich das direkt automatisch daneben. Und wenn ich nochmal eins öffne, dann eben da drunter. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich weiß gar nicht, ob C-Metrics installiert ist. Ne, ist nicht installiert. Egal, wäre jetzt eine coole Spielerei gewesen. Oder auch Hollywood haben wir. Ne, haben wir auch nicht. Ist egal. Dann kann man das Ganze... Aber ist ja nicht so schlimm. Und dann kann ich hier zum Beispiel dann entsprechend... Ich weiß jetzt leider nicht, was die Firefox für eine Tastenkombination hat, weil ich habe bei mir privat ganz andere Tastenkombinationen. Aber man kann das auch hier machen. Dann wird hier der Firefox geöffnet. Ja, sehr gut. Und auch der ist dann hier über das gesamte Fenster quasi. Ach so, und wie man hier halt sieht, ja, hier befindet sich jetzt zwischen den Fenstern findet sich jetzt hier auch eine kleine Lücke. Auch das kann man in der BSP-WM-RC entsprechend einstellen, wie viel Luft dann dazwischen sein soll. Ja, ob da überhaupt eine Lücke sein soll. So, hier kann man dann entsprechend die Tuner-Dateiverwaltung zum Beispiel öffnen. So, Tuner zum Beispiel wird hier gefloatet. Hier steht jetzt auch Tile & Float. Und wenn ich ein Floating-Fenster bewegen möchte, halte ich einfach die Windows-Taste gedrückt und dann kann ich das Fenster entsprechend bewegen. Also, weil so kann ich es ja nicht bewegen hier. Dann funktioniert das nicht. Auch nicht hier oben. Doch, das hier funktioniert es jetzt. Es funktioniert aber nicht immer, muss ich dazu sagen. Nicht immer lässt sich ein Fenster dann auch hier oben greifen und bewegen. Aber am einfachsten ist einfach die Windows-Taste gedrückt halten und dann kann man halt das Fenster ganz normal bewegen. So, wenn ich mit rechts klick, so, ich verschiebe das mal hin und wenn ich die Windows-Taste gedrückt halte und mit der rechten Maustaste ziehe, dann kann ich, machen wir mal hier, dann kann ich zum Beispiel die Größe so entsprechend auch anpassen. Da nimmt er also unten rechts das Ganze als Fluchtpunkt und dann kann ich so die Größe entsprechend anpassen. Je nachdem, wo ich hier im Fenster greife, kann ich dann entsprechend hier den Fluchtpunkt... So, ich kann aber auch zwischen teilt und floated hin und her wechseln. Dazu öffne ich jetzt nochmal eine zweite Dateiverwaltung. Das hat er jetzt gemacht. Der hat das jetzt übereinander gelagert. Und wenn ich die Windows- und Leertaste drücke, hat er das Ganze jetzt automatisch in den Tiling-Modus gesetzt. Beides. Und ich brauche nur mit der Maus hin und her fahren und wir sehen ja, das ist wie so eine leichte Umrandung. Da, wo die Maus einfach nur drüber liegt, das ist auch das aktive Fenster. Das muss einem bewusst werden. Auch das kann man abschalten. Dass zum Beispiel ein aktives Fenster nur dann aktiv ist, wenn man zum Beispiel draufklickt. Aber das ist so der Standard. Und wenn ich jetzt hier wieder die Leertaste drücke, dann ist das Ganze wieder gefloatet. Ich kann das jetzt auch wieder ein bisschen kleiner machen. Allerdings ist nur das vordere Fenster dann gefloatet, das hintere nicht. Deswegen sehe ich hier Teil float und hinten nur teilt. Was haben wir noch? Ja, teilt und teilt float. So kann ich dann hin und her wechseln. Zwischen gefloatet und gekachelt. Sehr, sehr cool. Und so kann ich hier meine Arbeitsumgebung dann auch thematisch ein bisschen aufmachen. Da habe ich hier das Terminal. Hier habe ich dann den Browser. Hier habe ich dann Dateimanager. Hier kann ich dann eine Entwicklungsumgebung aufmachen. Hier kann ich meine Dokumentation zum Beispiel machen. Hier kann ich Chatprogramme öffnen. IRC-Channel, Matrix und so weiter. Hier kann ich YouTube zum Beispiel öffnen für Video-Tutorials. Und hier dann halt sämtliche Einstellungen machen. Aber wie gesagt, das ist einfach nur sinnbildlich. Das muss man so nicht machen. Aber so kann man sich dann auch selber organisieren. Das wäre dann BSPWM. Und bei BSPWM gibt es dann auch noch diverse Styles, die man nutzen kann. Die müssen dann allerdings in den Einstellungen dann umgeschaltet werden. Das will ich jetzt nicht machen, weil das würde das Video auch zu sehr in die Länge ziehen. So, was ich aber mal machen möchte, ich möchte nochmal zurück auf die Webseite gehen von ArchCraft. Genau, da sind wir ja einmal hier sowieso schon. Da können wir gleich hier rein. ArchCraft.io. So. Und hier bei Premium können wir nochmal schauen, was hier nämlich verfügbar ist. Es gibt nämlich noch ArchCraft Wayland. Denn es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Menge Wayland Fenstermanager. Nämlich Sway, Wayfire, River, Hyperland und das ganz neue NewM. Und um das zu bekommen, diese ISO zu bekommen mit den Sway-basierten Tiling Window Managern, dazu dann einfach, ja, hier auf GetOnCoffee. Und dann kann man dafür 12 Dollar oder 11 Dollar entsprechend die ISO laden. So, und dann Sway-Desktop kann man dann auch einzeln, das ist Teil der ArchValent Special Edition. Also das ist ja die ArchValent Special Edition. Und das hier sind dann Teile daraus, wer also nur Sway haben möchte, der kann dann Sway-Desktop sich laden oder Wayfire-Desktop, River, Hyperland und NewM. So, und dann gibt es noch Openbox Premium. Hatte ich ja vorhin schon erzählt. Mit den 10, ja, mit den 10 Designs, die bereits schon vorinstalliert sind, kann man dann hier noch 20 zusätzlich oder 20 insgesamt vorgefertigte Designs und Themes auswählen, also 10 mehr und plus zusätzlich eine unendliche sogenannte Auto-Generated Themes. Es gibt also scheinbar ein Tool, der die Themes einfach auto-generiert und dann die Designs, die Fenster und so weiter alles automatisch dann entsprechend anpasst und das immer per Zufall. Das ist ziemlich interessant. Das gleiche hier auch noch mal mit BSPWM Premium. Auch hier sind dann noch mal 20, insgesamt 20 vorgefertigte Designs, ja, also noch 10 weitere inklusive oder zusätzlich plus dieses Infinite Auto-Generated. Und das Ganze wird hier scheinbar über PyWall gesteuert. So, das war's. Das ist dann Premium. Hätten wir das Ganze. Hier gibt es dann direkt noch ein Archcraft-Wiki. Habe ich jetzt selber noch gar nicht so sehr reingeguckt, aber ich nehme mal an, hier wird dann ganz einfach erklärt sein, wie Archcraft im Prinzip funktioniert, wie man das installiert, falls es da noch Fragen gibt. So, das war Archcraft und mein Fazit für dieses Betriebssystem fällt tatsächlich recht gut aus. Das ist ein ganz normales Arch, wie jedes andere Arch quasi auch, wie das normale Arch auch, nur eben, dass das Ganze hier designlastig ist und sich hauptsächlich auf Designs eben konzentriert. Und das finde ich sehr, sehr schön für den, den es interessiert. Mich persönlich, ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ich bin da jetzt nicht ganz so scharf auf die verschiedenen Designs, aber es ist natürlich ein sehr schöner Augenschmaus, gerade für den Notebook, wenn man noch recht jung ist und viel unterwegs ist auch, dann möchte man ja dann auch schon ein bisschen rumprahlen, dann wie cool das alles aussieht oder auch online, um da irgendwie seine Kunst auch auf Unix-Porn zu veröffentlichen. Finde ich sehr, sehr gut. Archcraft selber wird standardgemäß geliefert mit BSP, WM und Openbox und auch XFCE, L-Exclude und so weiter auch. Das habe ich noch gar nicht gezeigt, das hatte ich noch gar nicht gezeigt, aber es ist auch verfügbar. Auch das kann man sich herunterladen, ganz normalen Desktop-Umgebungen, die ebenfalls schon vorgestylt und vorkonfiguriert sind. Und schön finde ich auch diese Masse an Möglichkeiten, die eben geboten werden, auch durch diesen Auto-Theme, sozusagen dieses Infinite-Auto-Theming. Auch wenn es kostenpflichtig ist mit Openbox Premium, finde ich das völlig in Ordnung. Das ist eine Arbeit, die der Entwickler hier wirklich reingesteckt hat, wie er sich da ansprechend dann auch für diese Zusatzleistung entlohnt haben möchte. Und da gehe ich voll mit. Free in Open Source heißt nicht Free in Be in Freibier, sondern Free im Sinne von ich kann machen, was ich will. Ja, ich bin frei mit allem das zu tun, was ich machen möchte. Aber natürlich kann ein Entwickler auch eine gewisse Gegenleistung empfangen und das finde ich absolut in Ordnung. Finde ich wirklich, wirklich fair. Gut, aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.